Nur im Stehen? Geil! Okay, ich bringe meinen Teller weg und dann schließe das Mikro. So, ich schließe das Funk-Mic an, ja Leute? Ich mute ganz kurz. Yo, 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 yo! Wo sind meine Sportliebhaber? Es ist Zeit! Come on, pump it up! Alright, I'm ready for the game. Let's get into this. Switch Sports. Heute rausgekommen. Ich glaube, wir machen bestimmt dazu ein YouTube-Video. Willkommen an die Zwei-Kanal-Zuschauer. Danke für den insane Support auf dem Zwei-Kanal. Lass uns mal bald 300.000 Abonnenten vollmachen, Alter. Boah, ich habe so Bock. Ich liebe solche Spiele. Aber ihr fühlt es auch, ne? Bewege zum Spielen deinen Körper. Alright, hey. Wenn du das möchtest, kann ich das gerne tun. Achte darauf, dass du beim Spielen über genügend Platz... Alright. Oh, ja. Die Kontrollettis. I'm ready. Ich habe sie. Blau-gelb. Ein Controller-Update wird benötigt. Deine Controller werden aktualisiert. Sorry, oder? Move your body. Ah, ah, ah. Move your controller. Dum, dum, dadadadadam. Oh, ja. Nintendo Switch Sports. Alright, was haben wir denn? Es gibt Safe-Call viele Spiele. Spiele mit Spielern weltweit. Spiele lokal. Spiele mit Freunden. Weltweit? Nein. Freunde? Noch nicht. Lokal? Yeah. Uuuuuh. Spocko. Volleyball? Es gibt sechs Spiele. Egal. Volleyball, Badminton, Bowling, Tennis. Und Fußball. Womit starten wir? Alright, womit starten wir? Mit einer Runde Volleyball? Bowling? Ja, Leute. Bowling hat man schon so oft gesehen. Spielerzahl 1. Basti. Basti. Oh, wähle... Oh, ja. Da wollte ich nicht wissen, einen Charakter zu erstellen. Wähle Aussehen und Spitzname. Du kannst beides zu einem späteren Blababla. Alright. Oh, yeah. Okay, Leute. Passt auf. Boom. Oh, yeah. Warte mal. Wir machen uns... Alter, ich will cool aussehen. Zack. Bro, warum gibt es sechs Frisuren? Sechs Frisuren? Sechs Frisuren? Was soll das? Warum sechs Frisuren? Ja, und dann gibt... Dann sehen alle Augenbrauen auch noch gleich aus. Ja, blaue Haare. Ja, okay. Ich habe mich jetzt ehrlich gesagt gefreut. Aber es gibt viel Kleidung, oder? Da kann ich glaube ich noch mit der Zeit was freischalten, kann es sein? Okay, wir bleiben erstmal Körper... Anfänger, Vater, Mutter? Was? Ja, wir gehen erstmal auf... Wir gehen erstmal auf normal. Basti. Mit welcher Hand willst du den Ball schlagen? Rechts. Halte genügend Abstand zum Fernsehgerät. Bro, ich bin an einem 4-Monitor-Setup. Volleyball-Tutorial. Hier lernst du die Grundtechniken des Volleyballs kennen. Baggern, Zuspiel, Angriffsschlag, Block... Bro, ich muss gar nicht brüllen, ich habe ja ein Mikro hier am Kopf. Diese Techniken wechseln sich ab und beide Spieler müssen sie beherrschen. Schwinge den Joy-Con von unten nach oben, um den Ball mit beiden Armen vor den Körper zu spielen. Alright, kein Ding, hey. Probiert das mal aus. Hup. 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 Okay. Au. Okay, es geht auf krass Timing. Okay, pass auf, wir sind ready. Hup. Hup. Nimm ihn. Nimm ihn. Boom. Bro, ich bin so ready zum Schmettern. Schwinge den Joy-Con von unten nach oben, um den Ball mit beiden Händen über den Kopf zum Mitspieler zu passen. Muss ich aber einen Knopf noch drücken? Soll ich nochmal ZR drücken? Flup. Nimm ihn. Two. Ja, stabil. Schwinge den Joy-Con nach oben, um zu springen. Schwinge dann den Joy-Con nach unten, um den Ball zu schlagen. Schwinge den Joy-Con nach oben, um deinen Körper auszurichten und zu springen. Alright. Fup. Boom. Digger. Warten, Quatsch, Ball. Timing, warte mal, wir müssen auf. Hoppa, boom. Komm her, komm her, komm her zu mir. Sucky, boom. Alright, alles klar. Versuche nach dem Abspringen einen Angriffsschlag auszuführen. Okay, ich schmetter, ich bin da, ich bin da. Leg ab, leg ab, leg ab. Woo. Okay, bin da, bin da, bin da. Leg ab. Boom. Oh mein Gott, toxic. Alright. Mike, was geht ab, hein? Heiligen Tatsuka. Mike, okay. Mike. Leg ab. Achso, ist ja einer. Hoppa. Boom. Bagger. Hopp. Mike und Basti. Mike und Basti. Mike und Basti. Gewinnen jedes Match. Alright. Hey, Mike, Mike, Mike. Wach. Wachsam. Sei wachsam. Hoppa. Bewegung, Bewegung. Zentraler Lamente. Hopp. Sorry, Mike. Hopp. Uuuh. Powerhouse. Das ist mein Spiel. Estamos in una Situation muy, muy importante. Frogar una partida más difícil. Saki. Alright, Mike, 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 Mike. Ich hab den, ich hab den, ich hab den. Ich schwöre, ich hab den. Mike, 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 Mike. Leg ab, leg ab. Schuh. Boom. Bro, sit down. Digga, wie ich die Dinger schmetter. Und Bretter. Und oh. Schreibe lieber Brot mit Letter. Hopp. Juppie. Mike. Mike, 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 Mike. Hopp. Kombo. Kombo, Kombo, Kombo. 4-0, vamos. Ey, Leute. Gib mal ganz kurz. Was ist denn das hier? Außer Puste? Was willst du, Bro? Ich bin hier auf, Dings, Matchball. Ich reine hier aber gerade legit durch mein Zimmer. Hopp. Zack. Ja, der ist halt angeschnibbelt. Bin da, bin da, bin da, bin da. Hopp. Mike, leg ab. Mikey. Hopp. Ja. 5-0, warmers. Mikey, komm. Shake hands. Shake hands. Wichtig, wichtig. Shake hands. Fair play. Shake hands. Ey, gutes Game auf jeden Fall. Gutes Game. Sieg. Auf geht's. Mike. Held. Basti Anfänger. Was willst du? Was willst du spiel? Was für Anfänger? Alright. Volleyball. Geil. Aber wir gehen heute alle Spiele durch. Badminton. Langer Abend. Das wird ein langer Abend. I'm ready. Badminton. Ey, ich spiel mit rechts. Ja, Mann. Ich mach meine Gegner mit links, aber spiele mit rechts. Ah. Treffe mich mit dem Schläger am Bahnhof. Bro, wie hält der das Ding? Fünf Punkte hat's hier, ne? Guck mal, was ich da für Moves mache. Was willst du, ne? Marco. Marco, hä? Flupp. Okay. Verstehe. Verstehe. Ja. 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 Raus. Marco. Marco, ganz ehrlich. Gib mal dem Schläger da irgendjemand. Ist hier noch irgendjemand anderes? Hallo, Sie haben Bahnhof. Irgendwo irgendjemand anderes? Da oben oder so? Ich brauch mal einen Gegner. Ich brauch mal einen real Gegner. Paul, danke dir für 13 Monate. Zack. Oh mein Gott. Tschüss. Was ich getan hab. Leute, ich hab nen Funk-Mike dran, ne? Ihr hört jede kleine Bewegung von mir. Aber das ist auch gut. Zacki. Zacki. Und hinten rechts. Meinte links. Tschüss. Marco. Marco, ganz ehrlich. Coole Mütze und so. Mit warmem Anziehen hast du's aber ein bisschen falsch verstanden, mein Bester. Marco, hast du den schon mal gelernt? Und hinten rechts. 4-0. Ey, gib mir mal den nächsten. Real Talk. Ich zieh gleich das T-Shirt aus, ne? Real Talk, deswegen keine Facecam, weil ich hier spielen kann, in welchem Outfit ich auch immer möchte. Hopp. Ich lass ihn jetzt richtig schön laufen. Ich lass ihn richtig laufen. Ja, wie geil. Er soll mal weggehen. Er soll mal weggehen. Bro, 5-0. Was ist das? Ich bin gleich fertig mit dem Spiel. Band mit dem, auch geil. Approved, stabil. Marco, alles gut und so weiter. Du weißt nicht, gegen wen du hier gespielt hast. Bowling. Oh, Leute. Leute, Leute, Leute. Standard? Ja, Standard, Bro. Mein Traum ist es ja, meine Bowlingbahn selber zu besitzen, ne? Links? Nö. Ich spiel mit rechts. Ich könnte mit beiden spielen. Aber ich mach's lieber so. Alright. Poco-Hype. Okay. Die Steuerung ist ein bisschen anders als auf 51. Tschüss. Spare. Spare 10% mit dem Code Basti GHG im Badlands-Store. So. Okay. Ich muss mal sagen, Bowling nicht allzu krass, muss ich sagen. Nee, Bowling ist nicht gut. Bowling ist im Vergleich zu 51 nicht gut. Real Talk ist nicht so krass. Also, wenn ich Bowling zocken möchte, dann würde ich lieber 51 spielen. Oh, Banana-Split. Ey. Eine Portion Eis, bitte. Bahn 4. Ihr seht, was ich probiert habe. Ich bin ja ein krasser Spieler. Muss ja mal ein bisschen spinnen. Ja, ich sag dir ehrlich. Ist cool. Ist nett. Kann man mal spielen. Aber Leute wie ich, die Wii Sports, Wii Sports Resort, die 51 Club Games gezockt haben. Ich bin ja auch großer Fan von Sportspielen. Ich kenne das hier alles. Weißt du? Ich mache es halt quick. Alright, oder Tennis. Ein Spiel. Best of three. Ich nehme mal nicht die Kinder direkt weinen lassen. Ja, ich spiele mit rechts. Alright. Anfänger Basti. Bro, wie trau ich. Ich habe ja nicht meinen eigenen Freund. Ich spiele mit mir selber. Alright, Basti, bist du ready? Huh? Boom. Bewegung. Oh Gott. Tschüss. Oh, ah, oh, ah. Okay, wir müssen auf schwieriger Dings spielen in Zukunft. Bro, aber wie geil wäre das mit Stegi. Ja, Digga, geh mal weg. Oh. Hopp. Zug nicht. Hopp. Zug nicht. Hopp. Oh. Warte, ich mache mal einen Lob. Oh, tschüch. Skandalös, was gerade hier abgeht. Okay, come on. Tja. Boah. Boah. Ja, Bro, das ist einfach nur outplayed. Real talk Tennis. Ich sage aber ehrlich, Tennis allein ist low. Aber wir spielen gleich mal online. Wir spielen random gleich mit ein paar Leuten aus der Welt. Hoppa. Heute ist ja noch Release-Tag. Dementsprechend wird es ja noch mal ein paar Spieler geben online. Digga, das ist einfach out of position. Ey, Kollegen. Sit down, nobody talk. Das ist mir ein bisschen zu einfach hier. Spiel und Match. Ja, wir müssen das save mit Kevin mal zocken. Aber bis dahin müssen wir mal das Wireless-Setup machen. Das wäre echt krass. Chanbara. Ein Spieler. Ist jetzt so fechten oder was? Ich mache mal auf stark. Schwert, Energieschwert, Zwillingsschwerter. Digga, oh mein Gott. Ich muss Zwillingsschwerter spielen. Alright, jetzt, Bro. Jeder geht bitte aus dem Weg. Ich bin Zorro. Okay, ich bin ready. Ich auch. Steve. Was willst du? Steve. Komm her. Steve, HDF. Okay. Bro, du bist ein kleiner Glückspilz. Es geht einmal ins Freibad. Ich bin unter der Wasser. Mit Steve. Digga, was los? Sturbo. Ja, und freu dich halt. Was willst du? Es geht immer ins Letzte. Ja, Bro. Ganz ehrlich. Ich hatte ein bisschen Glück gehabt. Ich bin jetzt full Fokus. Ja, Bro. Ganz ehrlich. Steve, du dachst zu kurz mit Wirbelangriff, ne? Wir sind Wirbelangriff faxen. Digga, 2, 1. Sit down, nobody talk. Ich habe gewonnen. Mit zwei Schertern zu kämpfen ist cool. Aber ich würde es vielleicht sogar mit einem Single Sword bevorzugen. Fußball Tutorial. Beginnen wir mit dem grundlegenden Ding, Bro. Oh, ich bin nicht von... Also, da wäre zunächst das Schießen. Schwinge den Joy-Con R, um in den entsprechenden Richtungen zu treten. Was ist das denn? Einfach nur... Okay. Hopp. Hüpp. 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 Okay, aber das wird cool. Gabi. Alright, Gabi, coole Brille. Gabi. Oh, du willst ein paar Move zeigen. Guck mal hier. Okay, hey, Gabi. Zwei Minuten habe ich Zeit. Alright, pass auf, was ich mit dir mache. Gabi? Wande. Na, Gabi, mach doch erstmal was damit, hä? Jetzt kommt ein Konter. Gabi, das ist halt ein fahrlässiger... Fehler! Flugkopfball! Der ist drin. Gabi, hä? Oh! Es ist mein schöner Zartag meines Lebens. Bro, aber war krass, Tor. Guck mal hier. Mal mit vollem Einsatz. Aus der eigenen Hälfte mal ein Kopfballtor. So, habt ihr es schon mal gebracht? Nö. Okay, Gabi, hä? Meine Energie ist unten. Aber meine Motivation ist oben. Den gebe ich dir. Den ersten, hä? Bring ihn mal, bring ihn mal. Was ist das denn? Tschüss, Gabi mit vollem Einsatz. Na, Gabi, ganz... Abpraller. Typisches FIFA-Tor. 1-1, aber wichtig. Oh, nein. Oh, scheiße, Jungs. Ey. Timeout. Timeout. Ob ich da vorbeigeflogen bin. Okay, direkt Sprint und direkt rein. Gute. Oh mein Gott. Einfallswinkel, gleich Ausfallswinkel. Simple Berechnung. Mathematik ist mein Ding. 50 Sekunden gespielt. 2-2. Das ist die Partie des Lebens. Ich muss mal kurz Energie auflagen. Gabi. Jeder weiß, wo es hingeht. Schöner Kopfball. Danke dir. Bro, heute guckt ein Scout zu, glaube ich. Wupp. Digga, insane. Wirklich. Als hätte ich Elytra gerade aufgemacht. Ja, das Spiel gedreht, Gabi. Oh mein Gott. Okay, Gabi. Sorry. Gabi, was ist los? Wo sind sie? Wo sind sie? Die asozialen Auswärts. Ein goldener Ball, der zählt doppelt. Ja, auf einmal. Weißt du, sie liegt zwei Tore hinten. Auf einmal gibt es goldenen Ball. So, auf einmal. Sie macht ein Tor, auf einmal ist Gleichstand. Macht Felix Brüch auch einfach. Dennis Aitikin. Er sagt auch, Jungs, steht 2-0. Ohne Messias goldener Ball. Nächstes Tor entscheidet zwei. Macht er einfach mal. Jetzt mal auf eklig. An die Eckfahne. Oh mein Gott, Gabi. Gabi nervös. Der wäre reingegangen. Ich schwöre, der wäre reingegangen. Gabi, ey. Gute Partie, aber weiß nicht. Nächstes Mal vielleicht. Okay, Volleyball. Suchen. Gib mir mal einen 101-Gegner. Real Talk? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer es schaffen soll, auf dem Globus mich gerade zu besiegen. Chris, Catherine und Nelly. Moin, ich bin Basti. Und wir haben alle unterschiedliche Haarfarben. I like that. Okay, Leute. Hey. Ich hoffe, Teammate rafft was. Alright, Leute. Hey. Ja, ja. Wir machen das, hä? Catherine, hä? Ich bring den. Oh. Leg ab. Leg, 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 leg. Der kommt. Catherine, komm. Oh, schönes Ding. Catherine, dein Ding, hä? Schöne Sache. Warte, ich bring den. Ich bring den. Ich bring den. Alles gut, alles gut. Ich hab ihn. Jawoll. Bro. Digga, das läuft richtig wie am Schnürchen. Warte, ich bring ihn. Deadly. Oh mein Gott. Der kam richtig tödlich. Bring ihn. Bring ihn. Bro. Ey, wie ich dich verlade. 3-0. Nelly, ey. Nelly und so, ne? Läuft und so. Aber Blocks gar nicht gerade da. Was dachst du da hinten? Was ist denn das für ein Fliegenfänger? Chris. Weiß er selber. Weiß er selber. Okay, kommt nochmal, kommt nochmal. Schön. Bagger, Bagger, Bagger. Ich? Meiner? Oh mein... Bro. Oh mein Gott. Auf die Linie. Trocken. Aber gut gespielt, Leute. Ich bring. Matchball. Ich spiel auf Chris. Chris ist die Schwachstelle. Chris ist die Schwachstelle. Bring. Mein Gott, das sind alles Schwachstellen. 5-0. Schöne Partie. Captain Ring, gutes Game. Hey. Oh, ne Mist. War gut. Was? Spielbonus? 30? Oh, sie... Alright. Alright, ne Runde Badminton. Online. Wer will's? Wer will was gegen mich machen? Berio, dann geht's mir besser. Ah, Michael. Michael. Michi, was los? Du willst Bellman-Gimmich spielen? Wir treffen uns am Hauptbahnhof, Bro. Vamos. Vielleicht noch eine Fluppe im Mund. Guck mal, was ich da mache. Zack. Mal ein bisschen aus der Routine bringen. Oh mein Gott. Schöne Überhand. Krass gemacht. Es ist halt crazy, die Technik. Guck mal, wie ich den verschlinge von oben. Geil. Fuck. Und jetzt volle Karacho. Oh mein. Schatz. Das ist genau das, worauf ich jahrelang hingearbeitet habe. Bring ihn. Hopp. Ich bring ihn hier. Willst du ihn? Wie willst du ihn? Wollen wir uns direkt beenden? Weg damit. Oh. Weg mit dir. Alex, was geht ab? Danke. Siehst du in Real Life auch so aus? Ja. Ich habe ein Gesicht gescannt. Es kam das raus. Genau, wie Leute beim Mario Kart Video auf einmal fragen mich, Leute, ob ich aussehe wie mein Mi. Bro. Wie mein scheiß Mi. Mal kurz mal ein bisschen motivieren. Jetzt im Emoji, ha? Komm her. Oh, Digga. Ich spiele so krass. Ich spiele so krass. Michi. Sag dir ehrlich, geh nochmal in Singleplayer-Modus. Trainier nochmal ein bisschen. Und dann auch einfach mit der Zeit wird er, ich sag dir ehrlich, mit der Zeit wird er die Erfahrung auch kommen. Mit der Zeit wird es da einfach dann auch laufen. Einfache Kollektion. Oh mein Gott, ich will alle haben. Bro. Bitte gib mir mal. O-Ring? Ey. Cool. Mach ich mir gleich ran. Jetzt muss ich mir den O-Ring ja auch in Real Life anmachen. Ja, kommt krass. Was können wir noch? Also ReTalk am meisten habe ich gerade einfach Bock auf Tennis. Tennis hat irgendwie am meisten gebockt. Vater, Vater, Digga. Nee. Ich spiele nur gegen Dads. Das ist der Vater von Barry. Bro, ich bin so ready. Wir lassen jetzt die Pille richtig laufen. Komm, Roadies, ha? Digga, Roadies ist so nervös da hinten. Ach, Digga. Meine Rückhand ist viel zu pushig. So, mit ein bisschen mehr Schwung. Nee, mit weniger Schwung halt. Aus. Weg damit. 2-1. Bro, er hat so Special Schläger. Fällt euch mal auf. Digga. Luftloch. Oh, der hat so diesen krassen Schläger. Bro, ich spiele gerade gegen den Opa. Der ist gut. Der ist gerade... Oh, mein Gott. Einfach auf die Feder des Gegners warten. Das muss man halt ausbringen. Nein. Nein, 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 nein. Mit rechts bin ich besser. Guter Ball. Schön deliveren. Stark. Und hopp. Der läuft. Oh, mein Gott. 5-5. Das wird so krass. Ja. Der kommt. Krass. Ich dachte, vorderer Basti geht ran. Er spielt nur mit dem Hinteren, ne? Aus. 6-6. Für die Fans. Oh, ich verliere das jetzt nicht. Komm mal. Ja? Guter Ball. Oh, ja. Ja. Let's go. Matchpoint. Unser. Oh, mein Gott, Leute. Fuck. Für alle Zuschauer, die da sind. Für alle Zuschauer, die da sein werden. Oder schon mal da waren. Das ist jetzt für euch mein erster Win. Mein erster Win online in Tennis. Die Roadies. Schön. Gerettet? Oh, mein. Oh, Gott. Aus. Oh. Daumen nach oben. Okay, ich will. Gib mal die Brille. Gib mal die Brille. Ich schwöre. Ja, lass mal Fußball online zocken, oder? Okay. Lenny. Wiebke. Harry. Jorian und Nitro. Leute. Ich will jetzt was sehen. Boah, schon mal vor. So chillig da hinten auf der Bank. Bro, ich schwöre, wir sind wirklich ein Team, oder? So, ich bin mit Bré im Team. Bré. Digga, was macht Bré? Direkt ganz Ausdauer verbraucht. Ah, Digga, was ist das denn? Harry, Bro. Harry Kane auf einmal, oder? Digga, Harry, ich hasse dich. Mach wenigstens mal Tor. Ja, sei gegönnt, Harry. Tschüss. Hä? Nimm. Bré. Super. Super Pille. Okay, ich schwöre, Harry ist echt gut. Harry ist das, was ich letztes Spiel war. Ja, Leute. Übermut tut selten gut. Real talk. Ich nehm den. Ja, wer hat's Tor gemacht? Kein Ding. Ach, jetzt hab ich's nicht gemacht. War ein Tor. Hier. Oh, ich hab keine Power mehr, sorry. Keine Lunge mehr. Bré, aber stabiler Torwart. Go. Bro, was ist ein Spiel. Was ist ein Spiel? Geiles Game. Jungs, ihr wart die geilsten. Daumen nach oben. Ritter, gute Partie. Bro, ich bin fertig mit dem Game jetzt langsam, aber geil. Es bockt schon. Aber sagt mal ehrlich, was sagt ihr? Was ist eure Opinion zum Game? Ist schon geil, aber wär schon cool, wenn sie noch ab und zu ein paar Spielereien patchen, oder? Bis zum nächsten Mal.